Die Königin wird böse sein. Ich komme zu spät zum Prozess. Was? Komme ich zu spät zum Prozess? Heißt das ab mit meinem Kopf? Was meinst du damit? Ab mit deinem Kopf. Bei Fell und Barthaar. Und ich komme viel zu spät. Ab mit seinem Kopf. Für so einen friedlich wirkenden Ort klingt das ganz schön gefährlich. Schlüssel des Anfangs. Wonderland. Wunderland. So. Okay. Oh mein Gott. Ich bin jetzt so ein Herzloser, gell? Oh, eine Karte, Mann. Sehr geil. Wieso zauberte ich eigentlich nicht? Lass mich in Ruhe, kleiner Wicht. Fuck, der kriegt mich halt trotzdem jedes Mal. Bäm. Geh mehr. Goofy. On your face. Also, äh, nicht on your face, sondern in your face, Mann. Zufallsjoker. Aha. Cool, danke. Du, 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 du. Soll denn da eine Tür sein, bitte? Ah, die da. Aha. Wieso komme ich da nicht hin? Strange. Ah, der Hund. Oh, eine Art der Wampe. Wunderbar. Oh, Emblem, Herzlose. Was ist das für ein Tröten-Ding? Goofy, los! Nochmal! Verdammt. Na gut, weiter geht's. Normal kämpfen. Wee! Und weg mit ihm. Anhalten der Betäubung erhalten. Wow! Ah, okay. Mit mir mal helfen. Die Schnauze. Lass dir keine Viecher. Achso, das sind diese dummen Pflanzen. Ganz schön viel Energie für so eine Pflanze. Alles verworfen, gell? Das Ganze nicht blocken. Das brauchst du gar nicht zu versuchen. Ja, ja, ja. So. Sehr gut. Ich wollte mich eigentlich heilen, aber es ging nicht. Nee, nee, die kleine Ratte. So nicht. Okay, pass mal auf, ich gehe das mal in den Raum da. Da, 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 da. Machen wir das hier. Herzflöße keine. Raumgröße eine. Irgend so ein Schatz. Ich will den Schatz haben. Da ist ein Schatz. Da ist eine geile Karte. Eröffne dich. Stop erhalten. Cool. Und Heiltragen. Und Mogri-Punkte. Ähm, pass mal auf. Es ist mir gerade eine Überlegung, dass ich hier diese, diese schwachen Heildinger da wegmachen kann. Und das hier, ist ja super unnötig. Und vielleicht machen wir dann so Stop rein. Stoppelt sich doch gut an, oder? Gut, dann können wir uns halt einmal weniger heilen. Ja, gut, mein Gott. Ist halt so. Was willst du denn, eine rote Karte? Ich habe gar keine rote Karte. Fünf oder niedriger? Oh, was machen wir da? Boah, nee, das spare ich mir auf. Diese Karte der Stunde des Kämpfers, dass die Angriffskarten eine Anwirkung gewinnen. Dann machen wir das einfach mal. Brr, oh. Dann machen wir das hier. Oh, ich brauche eine, was? Ich brauche erstmal eine rote Karte, muss man hinlegen, alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal in den nächsten Raum. Die, 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 die. Eins oder höher. Wir machen eine Schnauzpause. Damit wir es speichern können. So, muss das sein. Jawohl. Aber erstmal hier alles looten und dann speichern. Was, nur eine, nur eine Kugel? Da war nichts drin, oder was? Sehr gut. Ein Heiltrank. Wieder nothing drin, Mann. Ja, damit. Oh, was ich noch vergessen habe zu sagen. Ähm, ich habe euch falsch informiert. Und zwar kam, äh, Chain of Memories, kam ursprünglich für den Game Boy Advance raus. Und jetzt, nochmal hier zur Klarstellung. Wurde mir gesagt. Von einer Kommiliton, Kommilitonin, meine ich. Die das Ganze auch verfolgt und mich korrigiert bei jeder Sache, die ich falsch mache. Das heißt, sie hat viel zu tun. Gut, was machen wir jetzt? Zwei oder höher. Also machen wir das. Ja, bam. Okay, was haben wir jetzt? Wir müssen diese böse Pflanze da besiegen erstmal. Dahin wollen wir. Ja, das lassen wir nicht nehmen. Sich zu schlagen. Du Hund. So, erstmal die Ador-Bampe wegmachen. Oh, 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 oh. Mein guter Freund Goofy ist da. So, jetzt bekommt ihr erstmal einen auf den Sack. Ah, nochmal Goofy. Komm, machen wir. Muss man nicht sparen. Sehr gut. Moki Raum wieder erhalten. Bin ich schön. Merke mit dieser Pflanze. Aus welchen Ruhrmann, du kleiner Wicht. Aua, zum Teufel. Ich bin verwirrt. So. Es geht wieder. Du sollst dich auf das Ding hauen. So. Oh, die Ador-Bampe schon wieder. Ja, dann holen wir Goofy. Sehr geil. Aha. Angriff. Jawohl, Stufe-Naufstieg. Wopsa. Goofy, los. Regel. Dann Donald. Du bist so ein Idiot. Ah, schade. Hätte ich gerne mal ausprobiert jetzt. Guck mal, wie es mich verfolgt. Bäm. Und das. Friedlicher Schatz. Äh. Sollte eigentlich noch ein bisschen, ja komm, ein bisschen mehr Health. Ein bisschen mehr Health mal wieder rein machen. Schwindel, man. Dreckspflanze. Was bedeuten eigentlich diese Karten mit der goldenen Zahl? Was bringt denn das? Sind das so Super-Special-Karten? Oder gewinne ich da den Stich gegen der... Also wenn der dagegen eine 4 hat, ich habe eine 4, gewinne ich da durch? Ah, verdammt. Ich wüsste, ich werde so kurz. Oh, Pflanzen. Oh, da ist unser guter Freund. Oh, schade. Oh, shit. Na, versuch mal, das zu stechen. Da ist Goofy. Jawohl. Äh, guck mal, siehst du? Also das meine ich. Also ich habe ihn ja als Antwort des Gesetzes, äh, als der Gegner, also als der Gegner eine Karte gespielt hat, habe ich ihn ja gespielt. Und da habe ich ja gewonnen, den Stich, ne? Also eine 0 gewinnt ja immer, weil es der Goofy hatte. Oh, ja. Und trotzdem habe ich, habe ich verloren. Ich versuche mal, das zu stechen. Also er hat, ich glaube halt in dem Moment, als ich Goofy gerufen habe, hat er den Stich gewonnen. Aber dann hat ein anderer die Karte aktiviert und dadurch habe ich halt verloren. Und das ist halt fies. Weil das ja böse ist. Das darf man nicht machen. Wohin will ich jetzt? Äh. Es ist, es ist so. Okay, dann will ich zu dem. Ja, zu dem hier. Drei oder höher. Das hat drei. Jawoll. Machen wir doch einfach wieder einen Schatz. Einfach wieder einen Schatz. Barabarabarabarabarabarabarabarabarabar. Nichts drin. Hör auf. War es nicht drin? Gibt es doch gar nicht. Stop erhalten. Cool. So, es sind jetzt zwei Kronentürfen. Also zwei wichtige Türen hier. Hm. Okay. War es eine 20? Das ist sehr wahrscheinlich Premium-Raum. Ja, alles klar. Was schwebt mir? Keine Karte dafür. Machen wir gleich mal die hier. Karten mit mindestens Wert 20. Oh. Machen wir doch das hier. Machen wir doch noch eine 12. Ich mache ich nicht. Ein Moki-Raum. Das scheint eine kleine Versammlung zu sein. Was ist denn der Anlass? Das muss der Prozess sein, von dem das weiße Kaninchen sprach. Alice ist ja klar, was dir vorgeworfen wird. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe nichts Unrechtes getan. Wie dir nicht die Unschuldige. Hier wird vorgeworfen, den Herzlosen geholfen zu haben, die mein Königreich bedrohen. Und wo sind die Beweise? Die Beweise? Die habe ich alle vergessen. Das ist der Beweis. Denn du, Alice, hast mir meine Erinnerung geraubt. Ihre Majestät muss sich erinnern, damit wir das Reich von den Herzlosen befreien können. Das ist ein schweres Verbrechen. Das ist ja so ungerecht. Also, Königin, hin und her. Ich kann doch nichts dafür, dass ihr euch nicht erinnert. So eine Frechheit. Du sprichst ja mit der Herzkönigin. Und ich hätte dich laufen lassen, wenn du dich gleich entschuldigt hättest. Du dreiste Diebin. Wer ist hier dreist? Äh, Sora? Das Gericht hat ein Urteil gefällt. Ab mit ihrem Kopf. Moment. Dieser Prozess ist eine Farce. Ihr solltet Nachforschung, bevor ihr Unschuldige verhaftet. Also verhaften werden. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Wie meinst du das? Weißt du, dass Alice hat mein Gedächtnis nicht gestohlen? Dann weißt du also, wer der wirkliche Täter ist? Wer in Wirklichkeit der Täter ist? Ich? Äh, ich, äh. Sprich, sonst heißt es ab mit all euren Köpfen. Raus damit. Wer ist der Dieb? Äh, äh. Ich bin der Dieb. Wie mein? Was? Wirklich? Natürlich nicht. Was hätte ich sonst sagen sollen? Das ist echt verquer, Sofa. Karten schnappt sie. Was machen wir in Karten-Spiel gegen Karten, Mann? Richtig dumm. Ja, aber schwache Karten. Oh, jetzt fangt er aber an hier. Sag mal, geht's eigentlich noch? Oh, jetzt fangt er. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wirklich? nicht kombinieren müssen, weil die greifen ja nicht an. Ah, jetzt. Hey, Mann! Ich hab dich angegriffen, dann kannst du nicht Kartenstich machen, wenn ich eine höhere Karte habe als du. Lenk du hast meine Karte, dann lenk ich meine Karte. So, weg mit dir, Mann. Aua. Aua. Ah, Mann! Du frechde Akts, Mann. Karte verbraucht. Lenk doch das! Wieder noch, komm. Okay, wie wurde er gestochen? Wie wurde er gestochen? Das kann gar nicht sein. Da war grad eine Zwei oder so auf dem Feld. Also, äh, äh, was? Ich brauch die andere Zeitstopp-Karte, Mann. Gar nichts hat geklappt. Haha, wie lächerlich. So, er hat eine Zwei. Und er wird gleich gestochen. Das ist so lame. Das ist so lame. Verziert euch! Das ist so lame, ist das. Das ist so dumm. Oh, ich hab vergesst, die Dings-Karte zu wechseln. Egal. Ich stech eine Karte, damit ich angreifen kann. Und PAMP! Der andere setzt eine höhere Karte und schon ist vorbei. Gebt mir Goofy, Mann. Ja, schon wieder! Ja, versuch das jetzt hier zu blotten, Mann. Gebt mir den Staff hier. Und das. Danke! Natürlich wieder gestochen. Ja, was hältst du davon, wenn ich dich so schlage? Und nochmal. Bam! Hoppa! Das versteht echt keiner. Was? Sag mal, wie viele Siebener-Karten hast du eigentlich? Instant wird die Siebener-Karte gelegt. Pass mal auf. Lass mich mal aus dem Weg hier. So. Jetzt werde ich nicht blocken, wenn ich es kombiniere. Oh, Gott. Hey, Mann, ey. Lass mich doch mal ein bisschen heilen. Verdammt. Ich leg's nicht, Mann. Alter, lass mich jetzt mal. Alter. Fuck you all. Ach, komm, ey. Mann, das ist doch unglaublich. Ich stech doch die Karten. Ich stech sie doch mit besseren Karten. Und trotzdem machen sie mich kaputt. Oh, wie ich das hasse, Mann. Wenn das Spiel sich selbst verarscht. So, und jetzt zieht das andere Ding weg hier. Weg damit. Oh, was ist das denn? Schade, kann ich nicht nehmen. Äh. Ich hab vergessen, Ding einzusetzen mal. Soll ich mal mehr machen? Mach ich jetzt mal. Meine anderen Karten verwenden hier. Reichweite plus eins. Also plus. Was heißen das genau? Donald. Weg mit dir. Ich werd eh gestochen. Ah, doch nicht. Ne, ne, ich hab meine Karten wieder. Du hast einen Einzelschling gehabt. So, nimm das. So, ich heile mich jetzt. Schade. Hat nichts geklappt. Also, nichts geklopft. Hat mich geklappt. Wenn zu viele Gegner sind, gell, das ist echt furchtbar. Okay, aktivieren. Boom, weg mit ihm. Boom, weg mit ihm. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Oh, da ist einmal doch leid. Sehr gut. Oh je. Da kommt der wieder angefangen mit seiner dummen Attacke. Weg mit ihm. Weg, jawoll. Oh, jawoll. Ja. Sehr gut. Zum Kotzen, Mann. Wahrlich zum Kotzen. Was haben wir hier für eine scheiß Karte bekommen? Karten Soldat. Hey, wo ist Alice? Sie ist wohl entkommen. Mag sein, aber ihr nicht. Wir wurden übertrumpft. Lauft. Wuhu. Wuhu. Schlüssel der Fügung. Alter. So, ähm. Ist der Premium-Raum, gell? Ich würde sagen, wenn ich jetzt mich beeile, ich laufe mal schnell zum Speicherraum. Der muss hier gewesen sein. Ja, wunderbar. Deshalb. Würde ich jetzt auch sagen, wir machen hier eine kleine Aufnahmepause. Das war jetzt echt furchtbar. Furchtbar, diese Aufnahmerunde. Gott, ey. Wem freue ich, dass ich dieses Spiel durch habe? Ich bin so froh, wenn ich das rum habe. Gut, Leute. Also, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Aufnahmepause. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen dann wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.